Ihr Dienstfahrzeug ist defekt und Sie müssen nun eine Instandhaltungsmeldung im SRP-System anlegen. Problem, Sie wissen nicht wie. Lösung? In solchen Fällen kann Ihnen der TT-Guide helfen. Dieser ist jederzeit bequem über einen Klick auf das Symbol im Benachrichtigungsfeld von Windows erreichbar. Mit dem TT-Guide steht Ihnen nun eine direkte Hilfe innerhalb jeder beliebigen Windows-Anwendung zur Verfügung, welche Sie Schritt für Schritt durch das System begleitet, bis Sie Ihr gewünschtes Ziel erreicht haben. Der TT-Guide erkennt automatisch, in welcher Anwendung Sie sich befinden und schlägt Ihnen bereits entsprechende Hilfen, sogenannte Guides vor. Sofern Sie Ihre Anfrage konkretisieren möchten, können Sie dies schnell und einfach über die integrierte Suche des TT-Guide realisieren. Während der Eingabe zeigt Ihnen der TT-Guide sofort Vorschläge an, zu denen bereits entsprechende Hilfen existieren. So finden Sie noch schneller den passenden Guide zu Ihrer Anfrage. Bei Mausberührung eines Suchtreffers erhalten Sie weitere Informationen zum jeweiligen Guide. Diesen können Sie zum Beispiel eine detaillierte Beschreibung entnehmen, beziehungsweise auch sehen, wie häufig der Guide bereits genutzt und wie gut er in der Folge bewertet wurde. Starten wir nun die Führung des TT-Guide. Übrigens, die Dateigröße der Guides bewegt sich meist zwischen 50 und 250 KB und garantiert somit auch in Netzwerken mit geringer Übertragungsbandbreite jederzeit schnelle Hilfe. Nach dem Start des Guides wird nur der Bereich der Anwendung hervorgehoben, in dem der Benutzer die nächste Aktion ausführen muss. Das unmittelbare Aktionsobjekt wird jeweils rot umrahmt. Das Steuerungsfenster enthält neben der Anweisung zur nächsten Aktion auch die Navigationsleiste des TT-Guide. Der Benutzer könnte nun die Eingabe IW21 selbst vornehmen. Andere Eingaben würden an dieser Stelle nicht akzeptiert. Zudem sind auch alle anderen Funktionen der Anwendung gesperrt. Der TT-Guide bietet bei Eingaben jedoch auch die komfortable Möglichkeit der automatischen Eingabe, welche wir im folgenden Beispiel nutzen. Neben weiteren Erläuterungen können mithilfe des TT-Guide auch punktgenaue Vorschlagswerte angeboten werden. Dem Anwender hilft dies, sich in seinem Prozess zurechtzufinden. Zudem kann so eine durchgehend hohe Datenqualität sichergestellt werden. Sehen wir uns nun noch den weiteren Verlauf der Führung an. Ziel erreicht. Der Guide hebt in diesem Beispiel abschließend hervor, dass der Vorgang nun erfolgreich im SAP-System durchgeführt wurde. Nach dem Abschluss eines Guides kann dieser vom Anwender bewertet werden. Somit erhält man eine ständige Rückmeldung seitens der Endanwender in Bezug auf die Qualität aller verfügbaren Guides.